Willkommen, willkommen zurück hier bei Herrn Lück, Herrn Young und Herrn Ketter und zwar bei Rainbow Six Vegas. So, wir schleichen uns immer noch durch dieses hier Gebiet. Keine Ahnung welches das ist, aber es wird nicht einfacher hier von Mission zu Mission. Das muss man mal so sagen. Wir scannen mal kurz. Okay, die Luft ist rein. Hier können wir aufmachen. Oh, es gibt hier immer zwei Wege. Und das war der falsche Weg. Tja, probieren wir es doch einfach nochmal. Das ist eine Scheiße. Finden und hacken sie den Sender im Überhaben. So, hier. So, das war hier, genau. Wir warten kurz. Und ihr stellt euch mal bitte dahin. So, dann geht bestimmt gleich die Tür auf. Genau. Was machst du denn, du? So. Und jetzt. Wie war das? Heilen. Jump ist okay. Hoch jetzt. Verflucht, das tut weh. Greife auf. Alleißen. Rettet ihn. Was denn da? Was ist denn das für eine... So viel besser, danke. Oh, warte, warte, warte. So. Wir laden lieber nach. Okay, Jungs. Dann machen wir mal folgendes. Wir gehen mal hier lang. Hier bleibt einfach mal da. Und ich gehe mal hier um diese Ecke. Ja, wo gelacht. Glaubst du, da draußen ist jemand? Bleib einfach wachsam. Nein, im Ernst. Glaubst du, die beobachten uns gerade? Im Eilschritt. Au rei. Wären wir schon tot. Was, wenn sie sich gerade... Die haben das nicht gemerkt? In Position. Diese Vögel? Was? Ich gebe dir Deckung. Yes. Okay, eins. Verdammt. Wow. Eins. Wer hat... Roger. Komm her. So. Das wäre ja wohl gelacht. Was ist denn mit der Red Bull? Habe ich die jetzt aufgehoben eigentlich? Ja. Wir gehen mal so durch. Komm, wir gucken mal, was die für einen schönen Bums hat. Komm. Wer ist da? Wer ist da? Ist da einer? Nein. Hier ist keiner. Okay, das ist gut. Und... So, und dann... Da ist auch keiner. Die Schrottflinte ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt, oder? Los. Könnte man die vielleicht... Warte mal, was ist denn gegen... Was tauscht man die denn? Gegen das Sch... Schreck gekriegt. Komm, wir laden die mal auf. So eine Schrottflinte kann ja vielleicht ganz von Vorteil sein. Bist du wach? Ja, ich bin wach. Gut. Gleich wird irgendwas passieren. Hast du eine Vorahnung? Wir machen das mal so. Und dann so. Ja. Wir haben Gesellschaft. Sie sind schon da. Weißt du wo? Nein. Aber alles ist nah. Okay. Ich bin voll nicht schon. Das reicht für mich. Okay, hier ist niemand. Niemand zu sehen. Niemand zu sehen. Ich gehe mal um die Ecke. Wir müssen eigentlich wo ganz anders hin, bemerke ich gerade. Ich bemerke gerade, wir müssen wo ganz anders hin, hier hoch. Ah, ja, warte mal. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Alle in Position? Ja. Was ist das? Aber ich sag dir, sie werden, äh, weiß nicht, äh... Aha, okay. Wir gehen mal hier lang. Sie wollen, dass es endlich losgeht. Immer nur warten. Ne, irgendwas stimmt doch hier nicht. Wir müssen doch hochgehen. Irina hat andere Sorgen. Sie sollte uns den Spaß... Aufs Eindringen vorbereiten. So, gehen wir hoch und dann... Öffnen und säubern. Ja. Geht mal rein. Hier ist nix zu säubern, oder? Na klar kann ich Platz machen. Hier ist nix. Das ist das Kühlhaus. Aber hier ist ne Treppe. Hey, glaubst du, da draußen ist jemand? Bleib einfach wachsam. Nein, im Ernst. Glaubst du die... Gut, ist das... Ja. Sauberer Abschuss. Ja. Wusste ich doch. Kommt mal mit. Kommt zu mir. Kua. Es ist doch hier richtig. Es gibt nämlich immer zwei Wege. Spatze. So, okay. Ich guck mal hier. Hier ist niemand. Das ist gut. Okay. Hier ist niemand. Hier. Geht mal da lang und ich versuche mal auf der anderen Seite zu gucken, was hier ist. Hm. Hoffentlich passiert bald was. Bleib gut. Okay. Kontakt Tango. Hilf dich. Okay. Kontakt Tango. Wie viele? Eins, zwei, drei, vier. Los, los, los. Tango ausgesagt. Ein Pferdling vom Abzugnehmer. Oh. Den haben wir schon mal. Was? So, das war von der Seite und den auch. Komm. Los, los. So, das sah gut aus. Gute Aktion. Entschuldigung, ihr seid die Besten. Ihr seid die Besten. Habe ich das schon mal gesagt? Ihr seid echt die Besten. So. Ich gebe dir weg. Hier ist nichts. Scheiße. Wo ist denn hier was? Seht ihr jemanden? Niemanden. Dann kommt mal her. Ach, scheiße. Was macht ich denn? Falsche Taste. Ja, genau. Kommt mal her. Ganz schön verwinkelt. Schafft ihr das bis zu mir? Okay, kommt. Alles klar. Hinter mir. Gut zu wissen. Okay, Jungs. Hier ist nichts. Alles klar. Ah, das bin ich. Gut. Und hier ist auch nichts. Hier ist nichts. Ne, oh. Äh, da sieht das nicht aus. Aber der ist nichts. Nagelt sie an die Wand. Nagelt sie an die Wand. Gute nur. Hier an dem. Vielleicht doch hier. Ne. Hier. Auch nicht. Hier. Definitiv nicht. Also sollten wir gucken, dass wir... Die Tür geht zu auf. Aha. Psst. 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 Okay. Geh mal da hin. Los. In Position. Immer noch nicht. Okay, aber bleib auf den Posten. Ja. Geh mal da hin. Alles klar. Und habt ihr Opfer? Nein, gut. Das ist ganz schön verwinkelt hier. Wir waren doch hier schon mal. Wir waren doch schon mal hier. Aber ganz nah. Ich rieche ihren Schweiß. Das reicht für mich. Wir waren doch hier schon mal. Wo müssen wir denn lang? Jetzt muss ich mal gucken. Hm. Das ist der falsche Weg, oder? Los, los, los. Nein, hier bei mir. So, jetzt muss ich mal gucken. Wo muss ich denn hin? Da hin. Das heißt, wir kämpfen uns. Wir gehen so raus. Ich stehe hier. Wir gehen so lang, so lang. Und dann da hinten die Treppe. Okay, also. So. Tür auf. Hier hinten durch das Restaurant. Puh, wisst ihr's doch. Hier gibt's Ärger. Und wie viele? Sieht man nicht. Wer ist denn beschossen? Komm noch. Hi. Okay, geht hier schnell mal da rüber. Los. Letzte Mitte in Bewegung. Wie viele sind das? Einer weniger. Auf jeden Fall. Erledigt, oder was? Sehr gut, Jungs. Was war das? Kommt die von hinten? Nein. Okay. Ich glaube, hier geht's weiter. So. Hierher wird gemacht. Kommt die von neuem. Ah, Fortschritt gespeichert. Das ist gut. Bis dennne dann. Ciao, tschüss. Wir folgen. Sagt der Herr Lück. Bye, bye. Bye. Bye.